Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wir sehen das beispielsweise, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über das Essen spricht. Was essen die Leute im Paradies? Es gibt viele Überlieferungen, dass sie dieses und jenes essen, was wir alles hier auf dieser Welt kennen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala über das Trinken spricht, Alkohol, der nicht berauschend macht, Milch, diese ganzen Sachen haben wir hier auf dieser Welt. Warum? Warum erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala diese Sachen? Damit wir uns, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, damit wir eine Motivation haben, dass wir diese Sachen im Paradies vorfinden werden. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala über das Höllenfeuer spricht, so sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala Sachen erwähnt, die wir uns nicht vorstellen können. So sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er über die Nahrung der Leute aus dem Höllenfeuer spricht, so sagt er, dass es dort Leute geben wird, sie werden Dornen essen. Und sie werden nichts zu essen haben außer Dornen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dass es Leute geben wird, sie werden nichts zu essen haben, außer Eiter von anderen Paradiesbewohnern und Blut von anderen Höllenbewohnern, die dort bestraft werden. Und die Gelehrten sagen, wie kann es sein, dass eine Gruppe Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie werden im Höllenfeuer nur Dornen essen und sie werden nur sozusagen Eiter essen. Die Gelehrten sagen, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt eine Gruppe, sie wird nur Dornen essen und eine Gruppe, sie wird nur Eiter essen und so weiter. Und andere Gelehrten haben gesagt, die Strafe von ihnen wird mit der Zeit vermehrt, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Qur'an, und wir werden nichts vermehren für diese Leute, außer was? Außer an Strafe. Und so werden sie eine Zeit lang, einige Jahrtausende lang vielleicht eine bestimmte Sache essen und daraufhin eine andere, die in der Bestrafung noch viel stärker ist. Wir sehen, dass die Gelehrten sagen, diese Dorne, die sie essen werden, sie werden sie essen aufgrund von Hunger. Sie haben Hunger und wollen etwas essen und so werden sie diese Dornen essen. Und diese Dornen werden in ihrem Hals stecken bleiben und sie werden ersticken, aber sie werden nicht durch dieses Ersticken sterben. Das heißt, die Sache ist nicht, dieser Schmerz ist nicht in zwei, drei Minuten vorbei, wie hier vielleicht auf der Welt. Sondern sie werden ersticken daran, aber diesen Tod nicht verspüren. Und irgendwann werden sie wieder Hunger bekommen und sie werden wieder diese Dornen essen und sie werden wieder daran ersticken. Und das wird kein Ende haben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala über die Kleidung des Höllenfeuers spricht, so sagt er, Und wir erinnern uns an die Kleidung des Paradieses, Kleidung aus Seide, Armreifen aus Gold, aus Perlen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt die Kleidung der Leute des Höllenfeuers und er sagt, ihnen werden Kleider gestickt aus Feuer. Kleidung aus Feuer, eine Sache, die man sich nicht vorstellen kann. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird die Leute im Höllenfeuers, er wird sie durch diese Sachen bestrafen, die man sich nicht einmal vorstellen kann hier auf der Welt. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, dann würdet ihr sehr wenig lachen und sehr viel weinen.